Ich glaube, ich hatte es in einer meiner letzten Videos schon mal erwähnt, wir planen das Thema EPP-Rifle mal auf DKS-II anzutesten. Und wer EPP-Rifle schießen möchte, kommt um ein paar Utensilien für das Ausüben dieser Disziplin nicht herum. Einer der Utensilien ist eine entsprechende Single-Point-Sling. Grund dafür liegt einfach darin, dass in dem Moment, wenn eine Station beendet wurde, alles was nach der Station 1 kommt, die Waffe quasi hängen gelassen wird, während man das Magazin befüllt und dann am Ende geladen hoch hält. In dem Moment wird dann auch die Zeit gestoppt. Ich habe sie ja schon vorgestellt, meine Baikal MK 161K. Und hier ist natürlich die Krux an der Geschichte. Die Schlingenaufnahme im hinteren Bereich wie auch im vorderen Bereich ist für die Nutzung, für mich zumindestens, für eine Single-Point-Sling nicht wirklich geeignet, da die Waffe sonst viel, viel zu tief hängt und die Mündung damit im Dreck hängen würde. Also musste ich mir überlegen, wie kriege ich das denn hin? Ich bin hingegangen und habe mir zuallererst die Schlinge, also den Sling, bestellt. Das ist ein 0815 Sling, der hat, ich glaube, noch keine 20 Euro auf Amazon gekostet. Link zu der Sling poste ich euch unten. Sie macht auf jeden Fall einen relativ wertigen Eindruck mit Karabinerhaken und Detachable Haken-Gurt. Features zeige ich euch gleich. Dann, wie gesagt, kam natürlich die Krux. Ist zu lang, um das tatsächlich am Schaft zu befestigen. Es gibt auch keinen Sling-Adapter oder Ähnliches für diese Büchse. Also musste ich ein bisschen stöbern. Und bin dann auf einen Sling-Adapter für eine Pickerschiene gestoßen. Für, ich glaube, 10 Euro. Ist ein China-Produkt, gebe ich offen und ehrlich zu. Hier ist das gute Stück. Das ist dieser Haken, der wird seitlich mit einer Madenschraube an der Schiene oben befestigt. Und hat dann hier die Öse, wo der entsprechende Sling-Karabinerhaken befestigt werden kann. Das ganze Ding sieht dann letzten Endes so aus. Und hält sogar ziemlich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Hängewinkel ist nicht zu extrem. Ich habe das gesehen bei der Landesmeisterschaft EPP, wie bei dem einen oder anderen, der das in einer solchen Art und Weise auch gemacht hat. Allerdings mit einem AR, dass die Waffe dann sich fast schon in die horizontale Reihen angehoben hat. Was ein bisschen uncool ist. So, die Sling selber funktioniert auch so weit eigentlich, wie sie soll. Wie gesagt, ich habe einmal hier den Kurzkurt. Den kann ich einfach dran lassen. Da muss ich nichts groß machen. Und ich habe dann die eigentliche Sling. Wird arretiert und die Waffe hängt. Geht eigentlich super, super einfach. Hat einen leichten Nügel. Aber sie ist sofort in Anschlag zu nehmen, wie man es braucht. Magazin raus. Waffe hängen lassen. Zack, 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 zack. Zeit wird gestoppt. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Das sind jetzt, wie gesagt, rund 15 Euro für die Sling. Noch mal 10 Euro für den Weaver Adapter, Picker Adapter. Eines gleich vorne weg. Es ist ein China Produkt. Das heißt, es passt nicht so wirklich 100 Prozent. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Gaffer Tape unten rein geklebt, in den Adapter rein, um einfach das ganze Ding ein bisschen strammer sitzen zu lassen. Alles in allem macht es eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es eine interessante Lösung. Und ich werde sehen, auf jeden Fall, beim ersten EPP-Rifle und der DKS-2-Training, das wir voraussichtlich 6.7. in Ahlsfeld stattfinden lassen werden, werden wir das mal antesten. Ein zweiter Punkt, den man auch noch bedenken sollte. Laut EPP-Rifle braucht man ein Sicherheitsfähnchen, welches immer die erste und letzte Aktion ist, die man bei einer Station tut. Erste ist rausnehmen, letzte ist reinstecken. Hier ist tatsächlich noch zu prüfen, inwiefern wir das Sicherheitsfähnchen auch tatsächlich unter DKS-2 brauchen. Ich habe aber schon gesehen, es gibt hier und da mal Händler, die haben für KK-Sicherheitsfähnchen, die funktionieren könnten. Und da werde ich mir auch noch was einfallen lassen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Dazu komme ich aber in einem anderen Video dazu. Wie gesagt, also, die Sling, roundabout 15 Euro, der Adapter noch mal 10 Euro, sind wir bei 25 Öcken, kann man glaube ich nicht meckern, ist ratzfatz geliefert und verwandelt auf jeden Fall jede halbautomatische Büchse, die sonst keine Sling-Aufnahme hat, in eine Sling-fähige Büchse und damit auch für EPP-Rifle, denke ich mal, einsetzbar. In diesem Sinn, macht's gut. Vielen Dank.